Erstmal nochmal danke, dass ihr alle hier seid, beim Camp. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch angemeldet habt. Ich bin froh, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Und das nächste ist mir jetzt zum Beispiel aufgefallen, dass viele von euch zum Beispiel keinen Salat gegessen haben oder gesagt haben, ich mag keine Pilze oder gesagt haben, ich will kein Essen, weil mir das einfach nicht schmeckt. Aber habt ihr euch mal die Frage gestellt, dass es auf der Erde so viele Menschen gibt, die nichts zu essen haben? Wisst ihr das? Genau, wir müssen erstmal froh sein, dass wir überhaupt zu essen haben. Das ist das Erste. Und dann kann natürlich sein, dass uns vielleicht nicht jedes Essen schmeckt. Das gibt es auch. Das ist ganz normal, das ist menschlich. Jeder hat verschiedene Geschmäcker. Aber man muss wenigstens immer wieder einfach nur mal probieren. Und damit man ein guter Fußballer ist, muss man nicht nur Sport machen, sondern man muss sich auch gut ernähren. Richtig? Und deshalb war es mir jetzt wichtig, heute das zu sagen, dass ihr nicht mehr so wählerisch seid, dass wir zum Beispiel morgen, wenn das Essen kommt, dass wir dafür dankbar sind, dass wir überhaupt zu essen haben. Und dass wir auch nur, wenn es bisschen ist, dass wir das einfach noch ein bisschen probieren. Sind wir damit einverstanden? Ja! 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 Okay, das war das Erste. Der Einzelne von euch hat irgendwas Besonderes. Der eine kann ein bisschen schneller rennen. Der eine kann ein bisschen besser dribbeln. Der andere kann besser schießen. Der andere ist halt gut drauf und bringt Laune in die Mannschaft. Das heißt, jeder Einzelne von euch ist wichtig für die Mannschaft. Und nur wir als ein Team sind unschlagbar. Wenn wir als Team agieren und wenn wir als Team nachher auch rausgehen und wenn jetzt zum Beispiel nachher einer die Übung zum Beispiel nicht richtig hinkriegt, da sagen wir nicht, boah, du pfeifst mich, du kriegst das nicht mal hin. Was sagen wir? Hey, du schaffst das. Ich glaube an dich. Du bist mein Teamkollege. Wir sind ein Team! Wir sind ein Team! Was sind wir? Ein Team!